So wie ein Skifahrer Leins im Auge hat, hat er mir immer die Felsen im Auge. Von dem her habe ich natürlich sehr viel von ihm lernen können und habe natürlich auch einen Ehrgeiz gehabt, einmal vielleicht so gut zu sein wie er. Es war eine unglaubliche Zeit, 13 Wärmtitel insgesamt in den paar Jahren. Es ist ziemlich verrückt daran zu denken, dass ich die Möglichkeit habe, die erste Medaille im Klettern zu holen. Es ist eine andere Anspannung dauert, wenn es wirklich um die Wurst geht. Alle! Alle, bitte. Alle! Zonda! Wir haben die Flösser. Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier.